hallo meine zuschauer und willkommen zurück zu einer weiteren folge gta mit dabei ist c202 und kalli hallo so ich versuche jetzt mal den jet zu landen brauchst du nicht kalli nimm dann den nächsten helikopter kannst wieder eigentlich zurückfliegen es gibt nur einen helikopter glaub ich zwar eher zwei ich hab den zweiten mal zwei frachen ja warte bin ich mit warum du hattest da ach so leiter böse jungs sind hier auf den fersen pass auf warum mir auf den fersen ich hab da noch gar nichts gemacht nein die sind wir ey gali warte ich bin auch direkt da ich bin der auch nicht der aufnahme wenn ich helikopter fliege damit wo man eigentlich steuern ich habe jetzt auf sieben aufnahme starten und auf eins aufnahme stoppen ich hab's auf f6 und f7 nehmen wir irgendeine waffe raus, da sind zwei böse jungs also vorbereitung machen wir jetzt heute nicht weil Kalli nicht mitspielt du wolltest ja nicht mitmachen ja weil ich gerade das Casino gemacht hab ich hab doch gesagt ich bin damit fertig also ja gut dann können wir gleich machen weil die die werden schon echt schwierig also auf jeden fall hydra nicht hydra äh jetzt machen wir nicht die avenger sondern ey was davor ok oh god warum test klatsch du wolltest mich verprügeln klatsch die landung war ein bisschen weich ja ne ja ja ähm wollen wir jetzt auch ne Hangar Mission oder zum Dingens was ist na komm ich mach diese Folge machen wir Hangar Mission oder ja ok kann man und die nächste Folge wird dann wieder Vorbereitung nein ich hab dich schlagen ja wir brauchen das Geld Kalli 290.000 komm Redgamer wir verpissen uns oh ok wir bleiben hier ey ich muss zum Hangar oh gute Idee ja boost ihn rein wenn dann ah oh ey wir kriegen nur 6500 lass ihn oh Dollar oh dollar 6500 warum kriegt mir jetzt schon so viel ich hab 614 Dollar Bargeld von euch als wenn dann dürfen wir nur Kalli abballern ja warum das denn weil du nicht uns bezahlst ey 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 siebezahlt uns beide ich weiß weil du uns nicht bezahlst kann man durch ich bezahlst ihn auch nicht ey Juno tschüss tschüss äh äh ich kann den nicht an oh du bleibst trotzdem äh das hab ich mir aus Versehen gekauft mal gucken ob's das machen was ist das granatenwerfer hat der kompakten granatenwerfer ne der normale granatenwerfer so leider jetzt geht's zur nächsten mission ja kann ihn nicht töten ach ne ist ja für die verkackte mission dafür hinzugefügt schweres Scharfschürzengewehrmacht 2 dafür mit Wärme mit dem Visier diesmal sag ich auch wieder fliegen wir müssen einfach nur schießen wo müssen wir hin? äh zur Elektrizitätswerk ne zur Rennstrecke oh was anderes wir landen außerhalb wir dürfen nicht landen ich hab Schwebeflug und die müssen von oben die Leute snipen wir dürfen landen ja aber ja wir dürfen schon ja ok spring dann einfach ausm Heli raus und äh snap die vom Boden das wirst du nicht machen ist nicht meine Fracht wir müssen ja auch nur abliefern ne wir müssen beschaffen mancher mancher da ist ein schönes Radio an für euch obwohl ich nichts höre äh warte ist halt sogar Schalldämpfer boah macht das Radio aus verdammt macht die scheiße aus das klingt wirklich acke aber die Missionsmusik klingt noch schlechter ne die ist schon ruhig die regt mich eher auf oh Gott scheiße ich kann den Piloten erschießen in Kopf ich weiß hab ich vorhin mit Mary-Better Typen gemacht ja aber nicht während er geflogen ist Helikopter das weiß du was hat das vorne einen Schalldämpfer wenn ich so rausgucke ja ja okay ich hab voll modifiziert auch weiterer erweiterungen und so es hat einfach Schalldämpfer und Wärme das brauchst du ja auch und weiteres Magazin ja das ist auch möglich ich probier mal zwei drei vier fünf meine Leute sind das weg ja ich glaube sieben Schüsse acht acht neun Schüsse sowas ist glaube ich nicht erweitert okay wir können jetzt snipen ja da unten ist die Rennstrecke der sagt der sagt wir noch nicht Schwebeflug aktivieren jetzt okay ich warte hier oben ne ne ich warte hier oben ihr snapet schon ich bleib hier oben damit ich schön heile bleib so was haben wir hier denn ach doch wir haben ein größeres Magazin mögen uns nicht mehr yo oh fuck ja die haben Raketenwerfer ja die haben sie mir erwischt ich glaub ich seh den oh Gott da oben ist der zweite Raketenwerfer jetzt haben die keinen Raketenwerfer mehr ja oh Gott er ist umgefallen wie ich brenn oh Gott ich hab's im Bett ey Leute du bist echt heiß ha 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 ja danke alter geht's rein glaub ich mainz wow er hat sich jetzt einfach gestorben nein nein auch wenn er raucht komm komm mal rein komm später auf den Kaffee film den hier wo ist der Helikopter? hinten wo ist der Helikopter? oh Gott sieh mit du fliegst ich hab zwar schon einen der raucht aber genau das meine ich Kali wirds bei mir mitfliegen? naja ist schon ok Wunder das ihr Helikopter lebt stimmt weil sie Red Gamma abgestürzt ist will ich nicht 6700 Dollar wie oft hab ich euch bitte oh man die hab mich angeschossen der Aas bitte dum 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 ach so weil ich auf der falschen Seite bin also gut dann ja ok dann kann ich mal wieder Geld anzahlen wuuu Helikopter raucht etwas also ja ich will Helikopter das war gar nichts klar oh Gott ey nicht abballern Jungs ich brauch den gleich nicht mehr gut wir brauchen den Helikopter auch ja ich hab euch nicht abballert Kali lass es stimmt du bist ja in uns reingeflogen warte 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 frisst das teppich knapp verfehlt ja das passen die Kurs ja bis hinter uns tja bis einmal lang oh meine Propheller fallen manchmal aus warum musst du so langsam ach so du bist ja auch beschädigt wohl ja aber hat ein schnellerer Helikopter als wäre wie der Frogger ist langsamer als dieses keine Ding ja das kleine Ding ist eines der schnellen Helikopter im Spiel äh ja ok äh ich bin komplett ausgefallen oh bist du aus dem Cockpit rausgefallen? wie das denn? ne der Propeller fällt grad aus ich fass mich und zwar komplett äh Gott ich schaffe es noch auf dem Dach zu landen ich hol dich ab mich nicht ok der Teufel bei Kalli drauf geschossen hat Rintel hat davor schon geraucht ja ja aber da ging ja noch ja ja auch ne für ne Weine ich bin unter euch Kalli ist nicht mehr drin so ich hab dem aus dem Weg geräumt 6500 nice geh und los gern geschehen naja der Hangar-Mission sieht sich spektakuläres auf ich mach einfach Video ja mit wie die aufgefüllt werden sag ich mal so ich meine Hangar-Mission kann ich gut Kohle verdienen das ist ja nicht so dass ich schon 130 Videos habe oder so nein willst du mit auf den kleinen Weg? ich schaff das Fick Junge Fick einfach da vorne in den Kreis ich wollte dich normalerweise umbringen aber naja ja wenn du dich umbringst verliert er die Fracht gleich so jetzt kann ich dir den E-Komper ja das sieht so dumm aus ich mit dem Zitronenkopf nochmal gespawnt ja moin ahja warm abgeliefert ich muss über den ganzen Flughafen laufen Malte so jetzt mach 10 Millionen mach am besten Tiermaterial warum das bringt am meisten nein bringt alles dasselbe ne ja von lass mich in Ruhe alles alles äh bringt 10.000 aber ich kann ja mein Tiermaterial beschaffen aber ich kann ja mein Tiermaterial beschaffen nee haben wir gerade und so ich weiß nicht wieder weil warum ich nicht so gern Hangar mach wer macht das nächste Hüi easy Chemikalien ah wie der Störsner zwischen Kali, kannst du bitte bei mir schießen das ist jetzt nicht so gut ich kann ja schießt bitte also ja dann ach man das fühle ich mich schon sicher ach man ich hab's aber nicht schwer ich auch also ich nehm nicht den unter der Brücke ja doch nimmst du ich hab gar ich kann gar nix kontrollieren lol du musst das irgendeine Manigan oder so haben ja ja siehste die Manigan ah jetzt ah ok ich muss die eh drücken oh god als ob man da keine Räder einfahren kann ne Bombenschacht aufpasst wahrscheinlich nicht ahja ich seh das erste Ding ist ne Bombenschacht hat nur Kali da hast du recht aber du hast gegen was ne wie kann ich die aktivieren? äh mit der E drücken ne mit E kann ich nur in die Kamera wechseln als wenn ich das nicht getroffen habe das ist auch nicht wahr was wollt ihr denn ich hab das Ding doch komplett ja das ist komplett komisch eigentlich müsste das ja so sein dass äh der Fahrer vorne ist nein aber ich mag es so sehr wenn der Fahrer vorne ist da geht doch ein Störsender ist Schrott da hinten ist noch einer ja ich seh's oh ich wurde grad anvisiert ok ich glaube ja du hast was anvisiert das kann auch so oh ein bisschen Musik fällt schon nicht schlecht ne Mh hm ich glaub es wäre besser wenn ich einfach nur flieg und du schieß ja schwer vorher ist galt Bw 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 Weltuntergang, okay, ah, direkt vor uns, na super, hab ihn, haha, doch, man, ich hätte, dass ich das nicht war, nein, das war's nicht, ich muss aber auch näher ran, damit ich den abschließen kann, natürlich trifft meine Bombe nicht, nein, ich bin gerade so inkompetent, anscheinend schon, wir müssen dann nach da hinten, oder wir können nach vorne, ist mir egal, wir räumen schon auf, mein Gott, ich hab gerade erst mal zwei Störsender gemacht, warum? Juma, ich hab dich doch bitte jetzt gesetzt, ich hab geballert, ey, 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 Ah, hier vorne ist er noch, dieser Störsender ist hartnäckig, pass auf, danke schön, meine Güte, okay, da ist noch einer, so, unser Linken, ja, ich hab dich ja auch ein Jet nehmen, ne? Ich hab meine Missionen, hab ich, so, der nächste ist dein. Digga, die schießt uns an. Ja, der eine sollte der Brücke, wie immer. Könnt ich hier ein Gerät, autoritisch Bomben auf die Brücke werfen und somit den zerstören? Bomben aber nicht so hohen Radius gehen. Oh, leider. Aber wenn man trifft, dann töten sie an sofort. Oh mein Gott, Infoerspursen ist das ja geil, wenn nur dieses... Fink auf. Nein, 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 ich bin außerdem noch gestiegen. Nein, ich hab keinen Fallschirm. Na gut, du warst nicht der Fahrer, ne? Also, alles gut. Doch, ich hab einen Fallschirm. Kann ich mich wieder abholen? Ja. Ich wollte eh drücken. Ähm. Ich wollte eigentlich eh drücken, damit ich, äh, aus der Kameraperspektive rauskomme. Aber ich hab auch so sie nicht gedrückt. Oh, pass doch nicht. Ich hab dich fast, äh, weggemeldet, Alter. Ich mag den Hunter. Muss ich mir auch gönnen. Der hat eigentlich alles, der hat Bomben schickte. Oh, es gibt, es gibt auch richtige Störsender. Sperrfeuer unsere... Ja, hier Störsender zerstört, 1 von 50. Aber ich mag Jets mehr. Hä, wieso 1 von 50 Störsendern? Hä? Helikoptern her. Äh, hier war so eine Antenne... Ihr Leute, es gibt so Antennen irgendwie, wo auch Störsender drauf sind, die aber nicht zur Mission gehören. Ja, die gibt's auch. Stopp! Nicht abstützen, nicht abstützen, nee. Ah. Alter. Einer von uns hat einen Störsender übersehen. Egal, dann machen wir den Letzten. Wir sind eh schnell. Ja, Red, äh, Red Game haben wir gut, wenn du dann den Hinterbier nimmst. Ja, ja, das ist echt so, was ich die ganze Zeit versuche. Wir machen das gleich schon. Mein Gott, ich baller doch da mitten drauf. Hey, wenn ihr jetzt grad wüsstet, ne, ich baller da mitten auf den drauf, also das Feld zeigt da drauf und irgendwie trieb ich den nicht. Schüss doch. Oh, der ist da oben. Hopsch. Nur das ganze Tag, ey. Dann lass uns mal so Red Gamer fliegen. Bam. Jetzt. Ne, man, ne, Güte. Ey, die Mission geht ja komplett. Aber danach, äh... Schau dir das mal ein Video an, wie lange ich dran gehangen hab, diesen blöden Typen zu zerstören. Alter. Danach müssen wir nach nem Truck, äh, stehlen. Ja, auch. Nicht zerstören, sonst zerstört er uns. Und, äh... Also, Khalid, da hast du bisschen was zu lachen, weil ich dich nicht treffe. Ne, dann zerstören. Das ist ja egal, aber wenn ich nicht treffe, dann ist es echt Weltuntergang hier. Oh, ich rauch schon. Ein bisschen. Hä, hä, hä. Rosa, da unten. Mal gucken, wen vorhin trifft. Rumpenschächte geöffnet. Ranzoomen? Ah, da ist er ja auch. Oh. Ich kann ihn nicht finden. Unter euch direkt. Aber ich meinte Red Gamer. Ah, da ist er. Ja, die... Hab ihn! Hahaha. Weißt du nicht? Doch, jetzt. Alter. Ach, mit der Abrufkamera ist das, glaub ich, auch ein bisschen einfacher, oder? Nö. Ich nehm den rechten, ihr nehmt den linken. Aber sonst... Nein, wir nehmt den links. Wir nehmt den links. Nein, wir nehmt den... Wir nehmt rechts. Okay, nehmt den links. Okay, nehmt den links. Es sind eh nur zwei, man muss euch schon klar sein. Einer hat zwei. Ohi! 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 Hoare! Ja ist da? Ich versuche mich nicht... Nein, ich sehe ihn! Du hast vielleicht bis jetzt früh ausgespielt. Wirklich? ich darf sie nicht zerstören wie soll ich das denn machen ist vor ihm landen oder was ja man kann ihn auch zerstören okay gut ah scheiße ja jetzt hat er andere halten zwei raus ja ja weil der truck hatte auch zwei okay jetzt gibt er Gas jetzt gibt er Gas der truck hat auf jeden Fall angehalten schießen lieber ab, das geht schneller warte, sie hatte gerade sie hatte gerade eine Flak hinten auf wie soll ich denn hier den Berg hochkommen bitte ich sehe schon das Zielfeld äh redcamber du bist auf der falschen Straße gelandet ne ich bin einfach nur abgestürzt und gestorben okay kann man es auch nennen der Helikopter liegt kopfüber hier der Fahrer lebt noch, oh fuck das Ziel raus jo, kann das Auto mal aufhören mich zu überfahren wenn der Fahrer... mir ist schon mal passiert, ein Autofahrer hat mich überfahren und ist rückwärts gefahren und ist dann drum herum gefahren ja, der Truck wäre sonst wegwärts gefahren... ja, der Truck wäre sonst nicht gleich entkommen bei mir fahr... äh, fährt nur immer... lol, der hat sich ja komplett festgefahren ja, dann zerstörs und wir kommen gleich wieder... bring dich nämlich keine zum Hangar, ja mache ich, ich hab fünf Kilometer äh, bei mir ist es immer so, ich werd überfahren sterbe und dann fahren nochmal zehn Autos hinterher und überfahren nicht ja, die Logik von diesen Autofahren ist so beschissen Alter, der Truck geht ja komplett ab, der ist ja voll gut schnell aber wir sind schneller ja, du bist gut, aber wir sind guter ja, stimmt ja, ich glaube, dass ich einen gepanzerten Wagen habe und einfach umfahren kann ja, wir können dir helfen ich hab äh, ein Bomber, ach schon, ne, oh, ich hab' ich hingelegt und jetzt steh' ich wieder hab' ich hingelegt ja, beide hat ruhig auf mich ich hab' genug Panzerung ich bin jetzt der Wagen auch manchmal, wenn ich Büro-Mission mache äh okay, doch, die beiden sind schon ordentlich drauf, ich könnte doch etwas Hilfe brauchen hab' ich gelb ich komm'n es kann doch nicht sein, dass sie einfach Geld bekommen ey, ich hab' was tolles für uns, willst du fliegen, sie? also, wir haben ja auch den Hunter schade ich hab nämlich gestern neues Video ja, klar, was willst du denn, äh, du kannst ja, ich möchte sogar einen neuen Flugzeug fliegen ja, du kannst fliegen ja, steht schon, siehst du's das kannst du nicht übersehen denkst du, ich komm' mit diesem Teil über die Rampe? stimmt, oder? was ist das denn? das ist, äh, praktisch ne rossische AC-130 ich will die gleich auch mal sehen, wartet eben, ich bin gleich da jesus christus, ist das geil ich will, ich will gleich auch, ich will die mal sehen, startet man noch nicht ich komm' ich komm' achso, hier gedrückt halt machen sie die Tore auf wir können leider nur vier Leute drin sitzen, unglaublich aber wahr ja, ich werde das Flugzeug sehen ah, doll ist das, ist das normales jawohl, digger ist das normales Passagierflugzeug nein, das ist kein aber ich, das ist vollkommen kacke zu steuern ja, es ist ultra langsam was seid ihr denn da? das ist geil was ist das? wieso fliegt das so langsam, alter? warte, ich dreh mal alter ja die Geschosse sind ja richtig schnell seid ihr groß? ne heftig ne, wir sind nicht groß, wir sind ganz klein ja ist er, ist er ungefähr so groß wie der Titan? äh, ich glaub' sogar noch größer sogar hinten ist ein ge- ach, das hab' ich gar nicht gesehen ja, hinten ist auch geschont er geht ja auf, er mich zu bombardieren ah, da ist er ja äh, äh ja, wie habt ihr denn grad nach der Seite gefeuert, obwohl ihr gerade ausgeflogen seid? aber jetzt kann ich da hören lol, das hat drei geschwitten das hab' ja gar nicht mitflogen alter hinten hat er auch einen, ne? ja, hinten und oben aus und vorne guck mal, ihr müsst immer alles zerstören, ne? aber ich kann hier ich mach das ordentlich warte, okay, wir benutzen das Flugzeug gleich warte erstmal müssen wir eine neue Hangarmission ja, eine schaffen wir noch hä? ah! ich überflieg' ihn einfach haha alter, wie lange ist denn der Seinkrichtsstart äh, Seinkrichtsstart Schnellstart kannst du gleich zurückkommen, weil wir machen jetzt nicht ja, ich lande dann machen wir noch eine Mission aber mit diesem geilen Teil oh ja halt, stopp! bleib' sie stehen ja, das ist auf jeden Fall warte mal, warte mal, warte mal warte mal, warte mal ne, tötet sich nicht, ich hab' das immer noch dieses Rotwiese und so'n Shit verdammt 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 na, er kommt nicht, tötet nicht, tötet auch nicht dein Hitbox auch ich hab' neben dir den Geschoss, nur bis ich mal in den Schuss reingelaufen dankeschön 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 ah ja, wunderschön ja, dankeschön alter ich hab immer noch Wärme los junger, Kali ich hab' jetzt, jetzt hab' ich Polizei gehabt ja, ich auch wie, du hast Polizei, du bist gestorben, ich ja, ich hab' was gib mir meine Sterne zurück ne, warte kannst du selbst haben komm, schieß mir ins Gesicht wir können verkaufen ne, machen wir aber noch nicht, oder? ne wie viel hat dich das Flugzeug gekostet, Kali? ja, bitte, ich hab' dich auch nicht getötet lass mich ja, ja ach ja aber ich nehm' das andere ich seh' nur Umrisse nein, das flieg' ich jetzt ist mein Flugzeug im Weg ja, Kali fliegt, okay Kali fliegt ah, danke hallo Mr. Corp komm hä, was ich dachte, ihr benutzt das große ich weiß wie ihr randt alle zum kleinen ach so, stimmt ja, wir können das große benutzen ok da machen wir's so er fliegt du wolltest doch fliegen, weil das dein Flugzeug ist oder nicht ich wollte nicht fliegen ok, dann kann ja, so Red Gamer fliegen und wir benutzen die kleinen MG-Tone oh Gott nein, hör auf hey, jetzt brennt's es brennt nicht mal ansatzweise das hält ordentlich was aus ey, nicht hier, Kali's Flugzeug hält ordentlich was aus also, ich weiß gar nicht was ihr habt auf der einen Seite ja, das traurte eigentlich schon quasi bis ein Team in die Luftfahrzeuge eingestiegen ist ja, ich mach schon, aber das sind Einsitzer da ich wollte ne, das sind Zweisitzer ach so ja, moin nein ah, warte ja gut, da ich keinen habe bombardiert der von mir automatisch warum steigt der denn nicht ein? was macht der denn? jetzt steh ich sein Leben hallo alter ah, jetzt müssen wir fünfmal zum Dach fliegen ähm, hä? ich wurde grad runtergesogen vielleicht hast du auch einfach nach unten gesteuert hm also, das Video wird länger als eine halbe Stunde ja, spannendes Gameplay hier ja, ne? ja, auf jeden Fall wenn jemand weiß, was das wirklich für ein Flugzeug ist ey, nicht mich abhalten, hallo Leute, nicht mich abhalten also, die Rooks, sondern das ist ne Rook ja, ne, ich mein das andere meins was Rissen echtes Rappetout Rappetout alter, ich werde immer so runtergezogen was ist das denn? ja, stimmt ja, da muss ja gehen das so gesucht was fast so wie Turbulenzen aber doch fast ist schlimmer als damals es ist die Erkenntnis Kraft, die drückt uns auch unten da muss ich dir aber ganz ins Zeitwirken tut sie doch auch nur manchmal ist es stärker als wir manchmal über mann okay hier ich muss einfach nur so nach nähe vom dach sein dann formuliert er ist automatisch schon weil ich nicht selber bombardieren kann ja klar wissen der basis hier oben auf den dächern zerstören schau mal die Bomben siehst du easy alles getroffen da ich kein bombardeur habe bombardiert automatisch und er trifft dabei immer stimmts das heißt wenn man alleine fliegt hat man eher einen vorteil ja wenn ich hier immer nur zwei Flugzeuge bekomme also lass mich machen ich flieg drüber ich bombardier wieder alles nein 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 Flicko 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 was warst du früh oh sogar verreilt guck mal ich mach jetzt Achtung Achtung wie war das mit der Trifte immer ja warte ich dreh einmal kurz rum okay du hast schon gemacht oh fuck Mace Bank Power ich bin bin Pilotenass so sagt man das meine Fähigkeit so wie du vor allem mit dem Helikopter bei mir gelandet bist alles ey ey daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern Autos bombardieren Vorsicht auf die auf der Brücke ne nicht auf der Brücke weiter hinten achso auf dem Dach ja genau da da steht immer Fliege zum Dach und irgendwas speichert bei mir gerade ja das ist mir gut moinsinn ne ziel manchmal sprengt die sich auch einfach selber in die Luft weil sie dumm sind sauber oh Gott ich meine Rotor fällt fast aus warum weil ihr ihn vorhin abgeballert habt jo ja wenn du da rein fliegst ja ich bin nach links geflogen und ihr ballert mit dem Laserkanon auf mich ja ok das weiß ich nicht ich kann nur die Bomben machen ich bin direkt unter euch ich kann gar keine Bomben machen ich kann nur so ballern ja ja deswegen macht der Ball bombardiert er bei mir auch automatisch ey hi zizi zizi es ist sehr schwierig zu bombardieren oder ne das geht eigentlich wenn der Pilot dreht sich fliegt oh danke oh ich habe ein ich habe eine Person erlebt ist geil ne oh ähm ähm ein Flugzeug haben wir schon mal verloren nö ich schaff das ich schaff das pfff oh danke oh moin der Linkopter ist drauf gefallen ja moin ey dein Flugzeug geht komm schon ich leb noch ich leb noch Leute ich leb noch ich leb noch ey ja ich habe es geschafft und ich rauche nicht mal geil oh schade ich hätte ihn zerbomben können wie wie hell das Flugzeug aus alter ja das ist für Anfänger geeignet hi weil ich habe vorhin eine Person aber ich konnte nicht sehen weil es zu tief war ja wenn du richtig fliegst dann geht es auch aber wenn man selbst fliegt und bombardiert dann ist es schon wieder nicht so einfach okay wir müssen jetzt nur Dächer bombardieren da geht schon wieder aber sonst ja ja der kommt ja gar nicht nice ok jetzt rauche ich das heißt mein Bruder fällt gleich aus oh ich brenne sogar das rauchst du so? ist das ein deutscher Satz? ey nicht abknallen ja ja achso ich dachte wenn du ja schon so rennst ja ich bin auch so weit kommen wie möglich das war schön okay lande auf der Straße des Kriegs ein warte wir haben ein Schusslöcher wo? zieh hoch duppel das Ding ich glaube wir müssen auf dem Dach das sind Helikopter ja oh das ist direkt über LS Customs eins zwei ey warte wo ist das? scheiß drauf hab noch Leben ich leb noch nein 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 oh Gott hier nicht ich bin auf dem Dach da hinten ist ne Leiter ich seh die oh Gott unser Flieger ist fast drauf gefallen scheiß nicht die Helis abhängen ja würde ich zuerst machen nein die verfolgen dich ich nehme ich Flieger ich flieg ich krieg ja mehr AP wenn ich dich fliege also die verfolgen eh Kali wir haben genug Zeit ja die verfolgen uns auch ja die verfolgen uns auch recht ach danke ja irgendwie fühle ich mich in dem Heli schneller als in dem Flugweg aber das Flugzeug hat mir Spaß gemacht ja ja ich bring das jetzt auch dahin und dann beende ich das Video gleich auch und dann werden wir kurz Pause machen und dann Vorbereitung bis hin aber müssen wir auch noch verkaufen und dann können wir Vorbereitungen und müssen auch noch was machen ne weil da sind hunderttausend im Hangar 110 sogar mehr als hunderttausend hunderttausend sind am Hangar das wär rauf und jetzt bin ich im Hangar drin ha 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 ach ja und den Heli lass ich anscheinend draußen stehen ja ich hab schon zwei Frachten abgeliefert sind du hattest den Hubschrauber mit den zwei Frachten so och Red Gamer alter ja was denn? ey du bist super pilot ich kann das ich bin gut da drin hab ich schon anderes gesehen so so Leute dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen machts gut und tschau tschau